Willkommen bei Zell. Mein Name ist Hendrik, ich bin hier Tüschler und ich zeige euch, warum du hier anfangen solltest. Ich baue immer für große, namhafte Firmen in Deutschland die Möbel zusammen. Es ist immer geil, dass man selber sehen kann im Laden, was man so gebaut hat. Die Vorteile bei FSI Ladenbau sind vor allem die 30 Tage Urlaub. Dazu kommt die minutengenaue Erfassung der Arbeitszeit. Ansonsten bekommen wir auch noch ein Ticket, Ticket Plus heißt das, das sind 44 Euro im Monat, die wir dann nochmal steuerfrei obendrauf kriegen. Die kann man dann zum tanken, zum einkaufen, wo man seine Bock drauf hat benutzen. Das Betriebsklima ist sehr gut, man kann auch mal lachen bei der Arbeit, es ist sehr entspannt. Ich persönlich komme sehr gerne zur Arbeit, ja. So, jetzt weißt du, wie es bei FSL ist. Wenn es dir gefallen hat, dann bewirb dich jetzt hier unten als Montagetischler.